ja meine lieben leute herzlich willkommen bei einem neuen video von meinem kanal paradox ice tv was hat sich verändert vieles hat sich verändert zu neuer hin ich hoffe ihr seid alle richtig gut reingeutscht und hier ist natürlich ein neues gameplay opening über black ops 3 seht ihr meine webseite beziehungsweise unsere und hier von meinem ganzen team die ganzen kanäle bloß mein eigenes noch mal dass ich mich umbenannt habe ja als bestätigung ich hoffe bis dahin habt ihr eine geile zeit gehabt seid gut reingerutscht und ich hoffe weitere videos gefallen euch sehr ja ich habe mich rasiert spaß beiseite ich werde mich noch was hier war jetzt viel stress und ja habe jetzt facecam viele live streams werden folgen deswegen seite beschreibung twitch und hoffe bis dahin dass es euch gefällt wieder schon reingehaut was ich natürlich vorab sagen will ist dass die homepage erst ja laufe der tage aktiviert wird das werde ich euch natürlich auch twitter preis geben deswegen vor ort mich da und dann werdet ihr weiter sehen so ja dann fahren wir mal an eine sündige sache hast du komm mal körper für den kino ne will ich nicht spüren ein scharf oh selten puma 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 sieht ja mal mega aus oder sag doch mal ehrlich das sieht doch richtig geil aus jetzt mal so ernsthaft gemeint puma gezogen hat sie ja da geht es besser ja die folie ooooh ooooh krikskriegsgezeichnet beste tarnung ist das hier Tarnung oder euch hier tut mir leid richtig geil und daher nicht vergessen wir werden auch noch andere Games spielen außer Black Ops und wir werden uns jetzt auch noch nochmal GTA holen das kam bei den anderen nicht so gut an Star Wars Battlefront werde ich jetzt zunächst auch let's play'n game play'n wie auch immer die normalen ähm ethisch und legendär bekommen für die M8 was gibt es dazu zu sagen nicht viel ich hoffe es wird euch gefallen und weiter geht's das war jetzt gerade geil jetzt kommt wahrscheinlich wieder nichts mehr ja sag ich doch soll er der scheiß hier nur dreckige kacke die letzte da bin ich noch mal bevor es auch an das falsche steht die wird in den nächsten paar tagen erst aktiv sein ich werde es im nächsten video sagen dass spätestens nachher oder morgen kommen wird ja bis dahin bleibt gesund froh munter feiert mit eure familie weiter ich weiß ja nicht wie es bei euch hat sie wie lange feiert oder sonst was bis dahin alles alles gute we are 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 Und dann noch ein...